Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Townie Makeover und diesmal aus dem Erweiterungspack Zeit für Freunde. Denn da ist die Familie Fires. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber probably kennt ihr die Family. Keine Ahnung, ist relativ bekannt. Auf jeden Fall kennt man, denke ich, die Morgan. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich mache sowieso jeden Townie, egal wie bekannt oder unbekannt. Weil, ja, manche haben es halt einfach verdient. Ich meine, die sahen jetzt eigentlich gar nicht so scheiße aus, aber man kann natürlich immer noch was Besseres ausmachen. Ob es jetzt besser ist, ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber, ja, ich finde, dass es schon ganz nett ist, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich meine, ihr könnt es noch nicht beurteilen, aber, ja. Ja, ähm, gut. Äh, das habe ich vor bisschen her aufgenommen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht mal mehr ganz genau, was jetzt so alles passiert tatsächlich. Ähm, und wie ich irgendwie zu was gekommen bin. Wie ich was halt anziehen wollte. Oder halt umgestalten wollte. Ähm, ja. Ähm, es ist ein bisschen nicht so gut. Weil normalerweise ist das jetzt der Moment, wo man das machen würde. Aber, ja. Dieser Moment existiert jetzt hier quasi in dem Sinne nicht. Es ist auf jeden Fall Dominik. Und ich finde, er sieht gut aus. Sie sah auch vorher gut aus. Aber, ja. Keine Ahnung, es ist halt so ein casual Look. Keine Ahnung. Irgendwie hat dem nichts so, äh, mir hat nichts zugesagt. Wo ich mir dachte so, hm, ja. Das ist, das so strahlt so ihn aus. I don't know. Keine Ahnung. Ihr seid immer so eine Sache, ne? Und hier bei der Moody mussten wir natürlich auch erst mal wieder schön die Lash das draufklatschen. Und ich wollte ihr eigentlich unbedingt so Dimpel geben. Aber irgendwie fand ich, stand ihr das nicht. Und deswegen habe ich es dann doch gelassen. Hm, weiß ich nicht. Irgendwie, also ich habe es schon irgendwie süß gefunden. Aber irgendwie dachte ich mir so, hm, irgendwie passt das jetzt nicht so, wie ich es wollte. Und keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich dann halt dagegen entschieden. Sonst hättet ihr jetzt ein Girl, eine Moody mit Dimpeln. Ja, weil ich gebe das halt eigentlich gerne mal zwischendurch meinen Sims. Weil es halt einfach süß ist. Ja. Ich fand die Frisur übrigens sehr cute. Ich finde, das ist eine gute Alternative zu dem, was sie halt normal trägt. Ich finde, das ist eigentlich ganz niedlich so. Deswegen, ja. Kann man schon mal so machen, oder? Ähm, Make-up habe ich ihr jetzt auch jetzt nicht so krasses gegeben. Weil ich dachte mir so, ja, die hatte jetzt ja vorher auch nichts drauf. Und ich finde halt, dass sie halt, denke ich, auch eher insgesamt der natürliche Typ ist. Und das habe ich jetzt halt auch versucht, da wieder zu spiegeln. Ich wollte ja zumindest so ein bisschen was geben, dass es zumindest ein bisschen anders auch aussieht. Ähm. Aber jetzt halt nichts krass anderes, wo man sich so denken würde, so, hm. Hm. Ja. Und bei der Kleidung habe ich jetzt auch mehr so drauf geachtet, so, was würde halt so eine Mutter tragen? Keine Ahnung. Habe ich so ein bisschen halt geguckt. Dann habe ich mich halt dafür entschieden, weil ich das eigentlich ganz süß fand. Und ich habe mich dann halt bei der Hose ein bisschen schwer getan. Weil, keine Ahnung, irgendwie. Keine Ahnung. Hosen sind immer so eine Sache. Keine Ahnung. Aber ich finde, das, was ich jetzt ihr so gegeben habe, ist so ganz passend. So, keine Ahnung. Ich denke, das kann man so als Mutter tragen. Also, ich finde, sie ist ganz süß geworden. Äh. Ja. Mag sie eigentlich auch ganz gerne, so. Keine Ahnung, irgendwie. Passt es so zu ihr. Und sie hat sich jetzt halt in dem Sinne auch nicht so krass verändert, so. Weil die Frisur ist ja auch relativ ähnlich, so. Deswegen, keine Ahnung. Ähm. Bei ihr, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Deswegen werde ich das jetzt nicht versuchen auszusprechen. Sonst hassen mich alle. Jedenfalls, bei ihr hatte ich jetzt so Probleme, was zu finden, was ich ihr halt für Haare geben möchte. Weil, ich habe jetzt nicht so viele Braided-Sachen, ähm, als CC. Und deswegen, keine Ahnung. Und das, was mir halt so eingefallen ist, was es halt im normalen Spiel gibt, fand ich jetzt auch nicht so toll für sie. Deswegen habe ich mich jetzt endlich dafür entschieden, dass sie quasi ihre Braids rausgemacht hat. Weil das ist ja dann ja so krass lockig. Deswegen, ähm, es ist jetzt ein Spoiler. Weil, gleich werde ich erst die Haare auswählen. Genau, oder? Und ich dachte so einfach, dass das halt so besser jetzt zu ihr passt. Ähm. Ja. Da habe ich halt jetzt dafür entschieden. Weil ich halt, keine Ahnung, irgendwie hat ja nichts gestanden. Und ich dachte so, das ist halt ähnlich wie die Frisur, die sie halt jetzt vorher hatte. Nur halt, ähm, ohne dass da halt Braids drin sind. Weiß nicht. Also ich fand, äh, die Braids halt auch cool an ihr und so. Aber ich wollte halt natürlich, ich möchte ja immer was Neues geben. Und, ähm, das war jetzt halt da nicht anders möglich. Deswegen, aber ich finde es so auch süß. Keine Ahnung. Und ich habe halt wieder versucht, ihr ein Kleid zu geben. Weil sie davor ja auch so ein Kleidchen trug und so ein bisschen brav war. Ich finde irgendwie nicht, dass sie so krass brav ist, irgendwie. Weiß nicht, ob ich da irgendwie ein falsches Bild von ihr habe. Aber, keine Ahnung. Irgendwie. Wie, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich mich ja dann halt dafür entschieden. Hier für den Pulli einfach. Den sie quasi als Kleid trägt. Weil ich dachte so, keine Ahnung, das passt irgendwie besser, weil davor. Sieht sie halt wirklich sehr, sehr, sehr brav aus. Und irgendwie ist es nicht das, was ich so in ihr sehe. Ich sehe in ihr so ein bisschen dieses Rebellische, was ich halt auch beim Morgen sehe. Deswegen, keine Ahnung. Habe ich mich dann halt so entschieden. Und ich finde sie sehr, sehr niedlich auch. Und ich liebe diese Schuhe auch so sehr. Ich nutze die viel zu oft. Aber das ist schon okay so. Ja, auf jeden Fall. Am Morgen saß ich, glaube ich, am längsten dran. Weil ich halt irgendwie Probleme damit hatte, irgendwas Vernünftiges auszusuchen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber es ist auf jeden Fall so, ich habe lange gebraucht, weil vor allem habe ich irgendwie keine Haare gefunden, wo ich dachte so, das ist sie so. Des Endes habe ich natürlich schon was gefunden, wo ich mir dachte so, okay, ja, das passt halt doch so. Aber irgendwie war ich die ganze Zeit immer so, hm, weiß ich nicht. Ich war so unstimmig damit, weil ich davon halten soll, was diese ganzen Frisuren da so sind. Keine Ahnung. Und dann hatte ich halt das hier gefunden und war dann schon so, hm, irgendwie cool. Und ich dachte so, Plugs wären so genau das, was sie irgendwie so ausmacht. Keine Ahnung. Irgendwie so dieses, keine Ahnung, es hat so diesen bisschen rebellischeren Stil. Und irgendwie genau da sehe ich sie. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil sie halt schon auffällige Kleidung getragen hat. Vorher. Aber irgendwie, finde ich, passt das total zu ihr. Und irgendwie ist das, finde ich, alles nicht so krass. Anders als vorher. Aber trotzdem merkt man so einen krassen Unterschied. Keine Ahnung, irgendwie. Ich mag das aber total. Weil ich meine, ich habe ihr jetzt halt nur eine andere Frise gegeben, so. Und ein bisschen anderes Make-up. Aber trotzdem, also man merkt so, das ist dieselbe Person. Aber irgendwie noch ein bisschen rebellischer als vorher. Und keine Ahnung, irgendwie mag ich das total gerne. Hier habe ich natürlich halt lange gebraucht, um irgendwas zu finden. Weil ich wollte halt unbedingt diesen Choker benutzen. Aber ich habe halt irgendwie nichts als Oberteil gefunden, wo ich dachte so, hm, jas, darin sehe ich sie so. Also, ich meine, letztendlich, wie gesagt, habe ich halt da auch was gefunden. Wie immer, muss ja sein, so. Aber, ähm, ja. Nimm. Aber mir gefällt sie auch gut. Ich dachte mir so, dass das halt mit diesem Sportbecher vielleicht ganz cool aussieht, so. Ähm, ich wollte eigentlich eine Jacke drüber ziehen, weil ich dachte mir so, ja, das ist vielleicht ganz gut so. Und passt auch. Aber irgendwie fand ich jetzt, dass nichts so direkt dazu gepasst hat. Und deswegen war ich so, hm. Fand ich irgendwie doof. Also, also, ich fand es schon schön so. Aber letztendlich habe ich es ja dann doch gelassen. Und keine Ahnung, ich bin auch... Also, ich weiß nicht, ob ich es bereue, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich finde beide Outfits total schön. Und so, wie ich sie sehe... Also, so, was Kleidung angeht, ist jetzt nicht so krass rebellisch, wie ich sie halt so vom sonstigen Aussehen her gemacht habe. Aber irgendwie gefällt sie mir trotzdem verdammt, verdammt gut. Also, ich bin sehr stolz darauf, was ich aus ihr gemacht habe. Ist halt mal was anderes, was man jetzt so von ihr sieht. Und ihr dürft mir natürlich auch sagen, was ihr von allen Make-Overn zu sagen habt, wie ihr die findet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und... Tschüss!